Österreich und vor allem die Steiermark haben durch den EU-Beitritt im finanziellen Bereich sehr profitiert, weil sehr viele Mittel in die Steiermark geflossen sind für verschiedenste Programme, die den ländlichen Raum unterstützen und die auch die Landwirtschaft unterstützen. Und nebenher hat sie eine zusätzliche Chance mit der Eröffnung von Exportmärkten innerhalb Europas und mit einer stärkeren Position am internationalen Markt für steirische Firmen, für die steirische Landwirtschaft ergeben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017